Cinefeel, der Filmfressen-Podcast mit Manu und Peter. Moin, liebe Cinefeel-Zeikos und Filmfressenfamilie. Wir sind es wieder, der alte, neblige, selbstmordlustige, grüne Ritter der deutschen Filmpodcast-Unterhaltung. Moin, Peterchen, wie geht's dir? Moin, damit hast du zum ersten Mal im Singular gesprochen und mich ausgeschlossen. Nee, nee, wir sind, hab ich gesagt. Aber wenn, dann sind wir doch Knights, oder? Dann sind wir die alten, nebligen, selbstmordlustigen, grünen Ritter aus dem blutroten Himmel. Oh, schön. Dann nimmst du mir jetzt hier schon ein bisschen was vorweg, wie ich dann am Schluss so ein bisschen versuche zusammenzufassen, was wir alles besprochen haben. Egal. Ja, nee, läuft super. Ich kann mich nicht beklagen, zumindest nicht über Mangel an Besuchern im Kino. So, die rennen uns gerade die Hütte ein. Das heißt, unser Hashtag geht ins Kino wird nicht nur befolgt, sondern gelebt. Das freut mich. Wirklich, da geht mir das Herz auf. Ja. Wenn ihr das Geld mit Cash-Trucks quasi dann rausfahren könnt, nach Hause fahren könnt. Ja. Nee, ist auch schön. Wir haben wirklich lange gemeckert. Kino ist geschlossen oder läuft nicht und was auch immer. Man darf nicht und alles kompliziert und so. Aber der deutsche Sommer tut natürlich auch einiges dafür. Natürlich. Der verregnete. Und ich glaube, ich könnte alt im Kino werden. Ja? Damit haben wir sie jetzt fast alle durch, ne? Da haben wir mal fast alle Filme. Bevor es zu den Filmen geht. Ich habe es zwar letzte Woche schon mal gesagt, aber ich sage es noch mal ganz kurz am Anfang. Weil jemand meinte, also in den Kommentaren, in letzter Zeit ist wieder viel los bei unserem YouTube-Kanal. Wir sind ja hier, also auch auf YouTube finden wir statt, aber natürlich auch auf Spotify und noch so ein paar anderen Anbietern, für die, die es nicht wissen. Und unser Filmkanal Filmfressen auf YouTube, da bekommt jetzt immer mehr Kommentare. Das freut uns natürlich. Ja. Und immer wieder die Zugezogenen, die neu Zugezogenen, die wünschen sich dann häufig mal was oder schmeißen dann rein. So, ey, besprecht doch mal das. Wie ist denn eure Meinung zu dem und dem Film? Das kam es schon ein paar Mal vor, dass ich gesagt habe, so, ja, hier. Also, den haben wir vor ein paar Jahren besprochen. Das ist ja dann immer so mit den Links antworte, ne? Also, man kann auch einfach dann, da gibt es so eine Suchfunktion. Also, Filmfressen plus den Filmtitel eingeben. Ja, sollte man eigentlich fündig werden. Ja, also, ich bin zumindest dann auch immer fündig geworden. Ja, klar. Natürlich bieten wir auch diesen Service, ne? Dass wir dann natürlich auch antworten und den Link natürlich dann posten, falls wir den schon mal besprochen haben. Aber da habe ich gemerkt, bei dem einen oder anderen oder bei der einen oder anderen war so ein bisschen so dieses, ach, okay, weil ich eben natürlich dann immer ganz, wie soll ich sagen, so ganz subtil auf Patreon hinweise. Dann so, ach ja, schade, ich wusste nicht, dass man irgendwie da Mitglied sein muss und hin und her. Ja, also, für irgendwas muss ja diese Patreon, dieses Abo, diese Mitgliedschaft, muss ja schon etwas Exklusives haben. Richtig. Und wir haben es ja letzte Woche schon mal erklärt. Es ist einfach sehr, sehr viel Arbeit, sehr, sehr viel Zeit und wir machen das hier nicht hauptberuflich. Das ist korrekt. Wir haben noch einen Vollzeitjob jeweils, also nicht wir beide zusammen. Aber das wäre schöner. Ja, ne? Teilen uns die 40 Stunden die Woche. Vielleicht. Irgendwann haben wir vielleicht ja mal zusammen einen Vollzeitjob. Hier nur Film fressen und Sinne viel. Boah, das wäre toll. Ja, dafür brauchen wir auf jeden Fall ein paar mehr Patronen. Stimmt, da müssen die Patrons ran und die müssen uns in Cash-Trucks die Kohle reinfahren. Schon wieder. Naja, das wollte ich nur kurz mal erwähnen und dann wollte ich auch noch mal kurz noch was sagen. Und zwar die Serie von der Bild- und Tonfabrik, also die das produziert, geschrieben und so weiter hat. Ganz viele Mitglieder auch von Rocket Beans dabei und eben die Bild- und Tonfabrik, die auch hier unter anderem das ZDF-Magazin Royal mittlerweile produziert und viele coole Sachen macht. Die haben ja diese Serie How to Sell Drugs Online Fast. Ich weiß nicht, hast du die schon mal gesehen? Ne, tatsächlich nicht. Okay, die ist wirklich sehr cool. Die macht viel Freude. Und jetzt ist die dritte Staffel draußen. Die habe ich mir direkt oder meine Freundin und ich haben die uns in zwei kleinen Häppchen zu Gemüte geführt. Und ja, ist immer noch cool, wirklich spannend, wirklich cool umgesetzt. Ein paar sehr clevere Ideen und diese Figuren, ach, die wachsen einem einfach so ans Herz. Ich finde das wirklich eine ganz sympathische Serie. Wollte ich an dieser Stelle einfach nur mal kurz empfehlen. Du hast ja quasi bis jetzt auch alle empfohlen. Alle was? Alle Staffeln. Ach so, ja. Haben wir da im Podcast mal drüber gesprochen? Du hast die auf jeden Fall mindestens ein, zweimal erwähnt und damit, glaube ich, hast du bei jeder Staffel, du hast auch, glaube ich, mal ein bisschen intensiver drüber gesprochen. Ich kann mich zwar an nichts erinnern, aber... Ach, guck mal, ich kann mich noch nicht mal drin ändern, dass ich das gesagt habe. Macht ja nichts. Ich bin, ich bin heute, ich freue mich richtig, ne? Also ich freue mich immer, wenn wir über Filme sprechen, aber heute sind wir wieder so aktuell wie nie, glaube ich. Wir haben so viele aktuelle Kinofilme. Korrekt, alle, die diese Woche angelaufen sind. Ja, mir platzt das Höschen für Freude. Ja. Und ganz frisch reingekommen ist ja auch ein neuer Trailer. Ja. Peter, was sagst du zum Trailer von Venom, Let There Be Carnage? Wir haben schon mal über den ersten Trailer gesprochen, jetzt ist der zweite da. Ich muss sagen, so komplett ohne Witz sind sie ja doch nicht ausgekommen. Das war ja so schon so mein Problem vom ersten Trailer auf jeden Fall. Hier, der ist ja schon was Carnage-lastiger. Also man sieht ja Carnage auf jeden Fall schon häufig in voller... Ja, nicht Montur, hier wäre es in vollem... Pracht. Ja, genau. Und das sieht schon geil aus. Ich freue mich ja insgesamt eh, wenn, dann auf Woody Harrelson als Carnage, beziehungsweise Cletus Cassidy. Ich glaube, der wird das ganz cool machen. Und ja, ansonsten war es halt was Action-lastiger. Man hat ein paar Fights, aber zwischendurch kam dann natürlich auch wieder so der Humor durch, der anscheinend hier auch wieder häufig den Ton angeben wird. Ja, ich habe so das Gefühl, dass man im ersten Trailer ist man so voll auf diese Humor-Comedy-Schiene gegangen. Hatte vielleicht auch noch nicht so viele Effekte fertig. Das mag sein, weiß ich nicht. Und da haben sie ja viele, inklusive wir, haben da gesagt, ah, ist zu albern. Irgendwie, hm, kein Carnage zu sehen. Irgendwie, ja, ist alles nicht so geil. Und jetzt haben sie genau das Gegenteil gemacht. Action, ne, ist ja ein Action-Film, der eigentlich so von der Optik etwas düsterer ist, aber dann kommt halt immer wieder der Humor, der es bricht. Ja. Ja, ich weiß, also die Spider-Man-Comics und auch Venom und so und Carnage, die kommen nicht komplett ohne Humor aus. Ich weiß nicht, in dieser Realverfilmung wirkt das für mich hart übers Knie gebrochen. Es fügt sich für mich einfach nicht homogen da rein. Ich finde das sehr traurig. Die Action, ja, gut, ne, ist halt PG-Action und alles aus der Dose, aus dem Computer. Das ist ja natürlich klar. Da kannst du halt so einen Carnage und auch einen Venom darstellen. Aber ich werde da nicht so ganz warm mit. Also da sind wirklich die Erwartungen bei mir, die sind da ganz unten angesiedelt. Dieser Film kann mich nur überraschen. Ja, ich wollte gerade sagen, ist vielleicht auch ganz gut, wenn man die Erwartungen da ganz weit unten hält. Ich war ja auch schon so ein bisschen vom Ersten, ja, nicht ernüchtert, weil ich da auch nicht groß was erwartet habe, aber schon deutlich enttäuscht. Ich kann mir auch nicht groß vorstellen, dass der zweite Teil hier groß was anders machen wird. Ich bin auf das blöde Marketing-Gelaber reingefallen. Das hat mich so geärgert, weil das so hieß in der Vorbereitung zum zweiten Teil, ja, Carnage ist erst mal dabei. Gut, das war ja auch die Post-Credit-Szene oder die Mid-Credit-Szene im Ersten. Cool, natürlich freut man sich auf Carnage, weil Venom und Carnage, das ist ein geiler Fight und ich habe hier auch ein paar Comics dazu. Das ist natürlich irgendwie geil und da freut man sich drauf. Und dann heißt es so, dass Tom Hardy sein Fan und der wird da mitproduzieren und dann war ich so ein bisschen aufgegeilt. Die haben geschafft, mich so ein bisschen zu teasern, so richtig. Und dann hieß es irgendwie, ja, wir werden uns da voll auf die Comic-Fans fokussieren und sowas. Und irgendwie habe ich das Gefühl, ich weiß nicht genau, für wen der Film sein soll oder diese Filme. Die sind nicht wirklich für die Hardcore-Comic-Fans, weil die kannst du damit nicht hundertprozentig zufriedenstellen. Ja. Allein schon, weil es nicht im Spider-Man-Universe oder im Spider-Verse oder wie auch immer man das nennt, stattfindet. Sony halt. Ja, das wäre mittlerweile ja nicht mehr so das Problem. Aber du hast dadurch, dass du die Origin-Geschichte ohne Spider-Man jetzt schon mal neu erzählt hast, schwierig. Und dann hast du halt Carnage als ultra-brutalen Massenmörder, der wirklich nur tötet, weil er das geil findet, in einem PG-Film. Ich weiß nicht. Also so, das ist irgend so ein Zwischending. Ja. Das ist für Leute, die in den letzten paar Jahren, glaube ich, für sich Comic-Verfilmungen entdeckt haben. Okay. Also nichts für dich, weil du das ja schon vor 100 Jahren entdeckt hast. Darum geht es nicht. Es geht mir jetzt nicht um diesen ersten Ansatz, ich kannte die Comics schon, bevor die gezeichnet wurden. Darum geht es mir nicht. Gehen wir darum, dass ich als adäquate Comic-Verfilmung erwarte ich was anderes. Und das wirkt halt eher wie so ein Versuch, an so ein paar Marvel-Filme anzuknüpfen. Ja, okay. Ich weiß nicht. Zweiseitiges Schwert. Der bräuchte ein R-Rating, ne? Ja, damit hätte man schon einiges gut gemacht und vielleicht wirklich den Humor nicht komplett weglassen, aber vielleicht nicht ganz so albern. Ich weiß nicht, irgendwie, es fügt sich für mich nicht zusammen. Egal, vielleicht bin ich auch zu alt. Ja, und vielleicht belehrt uns ja der Film eines Besseren. Kann ja sein, dass sie in beide Trailer die einzigen humoristischen Einlagen reingepackt haben. Die sie dann im Nachhinein noch rausgestrichen haben. Oh, wer weiß. Ne, das glaube ich nicht, aber trotzdem. Egal. Sollen wir mal lieber zu was richtig, richtig, richtig aktuellem kommen? Ich bitte darum. Ich bin ja schon ganz aufgeregt. Ja, ich kann nämlich auch direkt mit, ja, quasi einer Comic-Verfilmung weitermachen, denn der nun folgende Film präsentiert von M. Night. Shyamalan. Okay, ich dachte, du sagst jetzt das mit dem Ding Dong, aber das hast du anscheinend gestrichen. Ja, ich habe Angst vor Shitstorm im Internet. Ich habe Angst, dass mir das als rassistisch ausgelegt wird. Okay. Ne, ich habe es einfach, ich habe es schon so häufig gebracht. Ja, okay. Es ist abgenutzt. Selbst für mich ist der Gag schon abgenutzt und das heißt ja einige. Es ist eine Schweizer Graphic Novel, auf dem sein neuster Film und zwar Old basiert, der seit einer Woche in den Kinos läuft und den ich mir mal zu Gemüte geführt habe. Du sollst auch arbeiten und nicht Filme gucken, Peter. Ja, das habe ich mir mal an einem Sonntag nach der Arbeit gegönnt. Und vorbildlich. Ja, und ich muss sagen, mittlerweile bin ich bei den Personen angekommen, die mit ihm nichts mehr anfangen können, beziehungsweise die so leichte Abneigung gegen ihn aufbauen. Ha, was war denn für dich der letzte richtig, richtig gute M. Night Shyamalan Film? Da hast du mich jetzt erwischt. Richtig gut? Boah, also. Okay, sagst du, bei mir Unbreakable. Das war der letzte, der mich richtig noch beeindruckt hat. Ich finde, Split und Glas, ich kann beiden ein bisschen was abgewinnen, aber ich finde die jetzt nicht so berauschend. Ja. Und The Visit und sowas, nee, also irgendwie, nee, ich habe den, ja, schon seit The Village und Science, eigentlich schon bei Science ist er mir schon auf den Keks gegangen. Ja, das Mädchen aus dem Wasser möchte ich noch gucken. Habe ich nicht gesehen, ja. Und The Visit habe ich nie zu Ende geguckt, glaube ich. Ja, und ja, wie gesagt, mittlerweile ist er bei mir halt auch unten durch, also Old finde ich, boah, sehr schwierig. Ich wusste es, weil ich habe irgendwie, das ist wieder so ein Film, bei dem habe ich gedacht, also nach dem Trailer, ist eine coole Idee, aber ich hoffe, der Film hat mehr zu bieten als die Idee. Ja, was glaubst du? Jetzt noch, dass er natürlich nicht mehr zu bieten hat als eine Idee, weil gerade der M. Night Shyamalan, das ist ja in den letzten paar Jahren, Dekaden fast schon eigentlich immer nur, ja, er hat Ideen, aber es kommt meistens dann irgendwie kein cooler Film bei rum, obwohl ich jetzt so Sachen wie Mädchen aus dem Wasser und, wie heißt der Avatar und so, habe ich nicht gesehen. Ja, wobei die Idee finde ich auch ganz nett. Okay, die Sache ist natürlich, es steht und fällt dir auch so ein bisschen mit der Auflösung davon. Die Auflösung der Idee, ne, also hier geht es ja quasi um eine, in Anführungsstrichen, Insel. Das ist erstmal eine Insel, zu der die Leute halt sehr viele Touristen halt reisen, ne, um da ihren Urlaub zu verringen. Ist halt sehr schön, Küste und so weiter und so fort. Blaues Meer etc., ne, da trifft sich dann auch reich und schön, aber natürlich auch andere Gesellschaftsgruppen, sag ich jetzt mal. Und dann gibt es dort einen Strand, an dem, ja, immer grüppchenweise quasi Leute hingeschifft werden und das Gimmick dieses Films ist es halt, dass an diesem Strand, ja, entweder die Zeit anders verläuft, auf jeden Fall werden die Leute dort schneller alt, ne, deshalb halt auch old. Die altern halt rapide. Wir haben halt hier eine Gruppe, ich weiß gar nicht mehr, wie viele Leute das waren, lass es sieben, acht Leute sein, zwei waren schon auf der Insel. Wir sehen auch quasi direkt am Anfang die Folgen davon, dass man halt da was schneller alt wird, ne, endet halt in der Regel im Tod. Und dann verfolgen wir hauptsächlich zwei Familien und ein paar Pärchen. Wir merken dann relativ schnell, dass die alle eine Gemeinsamkeit haben, die ich jetzt erstmal nicht ansprechen möchte, auch später eigentlich nicht, weil die so ein bisschen zur Auflösung dazugehören. Aber das Entscheidende ist, dass sich dort irgendwie auf diesem Küsschenstück da, da trägt sich eigentlich keine wirkliche Geschichte zu. Also das Problem ist halt auch, dass es teilweise richtig durcheinander, ich finde das auch nicht schön gefilmt am Strand. Also das war nämlich genau meine Frage, weil was passiert in dem Film? Geht es wirklich nur darum, dass sie herausfinden wollen, warum die alt werden? Das ist das große Problem an diesem Film. Der M. Night Shyamalan kann mit seinen Figuren auf diese nichts anfangen. Also es gibt halt, wie gesagt, am Anfang, das hatte ich ja quasi schon erwähnt, eine Leiche. So, diese Leiche braucht natürlich einen Täter. Das heißt, es gibt einen Verdächtigen, dem dann halt quasi das erstmal in die Schuhe geschoben wird. Dann erkennt man so langsam, ach, okay, hier sind vielleicht ganz andere Mächte zugange. Das sorgt dann halt unter den Parteien so ein bisschen für einen Mangel an Vertrauen. Und die fangen dann halt auch so ein bisschen an, ja, in Anführungsstrichen Psychiosen zu entwickeln. Also die drehen halt quasi so ein bisschen durch. Einer erzählt die ganze, fragt die ganze Zeit nach einem Film, wo Jack Nicholson und Marlon Brando zusammenspielen. Aber das fragt er den ganzen Film durch. Und der macht teilweise, macht er so ein paar interessante Geschichten auf. Aber das weiß man doch schon aus dem Trailer, dass die alt werden. Genau. Das heißt, als Zuschauer weiß ich die ganze Zeit, ja gut, es hat ihn eh keiner umgebracht. Richtig. Ja, cool. Mega spannend auch. Ja, nee, das ist halt das Problem. Der hat überhaupt gar keine Spannung. Und der kaschiert teilweise auch das, was eigentlich gesetzt ist, dass die Personen älter werden. Und die haben halt Kinder dabei. Bei den Kindern sieht man es natürlich schneller, dass die älter werden. Und der versteckt die die ganze Zeit und macht dann so einen krassen Review. Ach, guck mal, die sind ja auf einmal viel älter. Oh mein Gott. Das ist halt so, ja, an der Nase herumführen. So dieses, ich habe hier eigentlich, ja, keinen Twist, weil er das ja. Ja, genau. Aber das wird halt irgendwie so großartig dargestellt. Ich zeige euch die ganze Zeit nicht. Ich möchte euch damit überraschen. Aber das Gimmick ist doch der Aufhänger, dass man in den Film geht. Genau, richtig. So ein Scheiß. Und damit machen sie halt nichts. Und das Krasse ist halt, ich finde die Auflösung am Schluss ganz interessant, also was dahinter steckt. Also es hat halt natürlich in gewisser Form eine Erklärung. Ich sage jetzt nicht, in welche Richtung das geht, aber das fand ich eine coole Idee. Ist es nachvollziehbar, die Erklärung? Äh, jein. Also es ist nachvollziehbar, wieso die da sind, aber nicht, warum die älter werden. Hä? Okay. Ja, aber das muss man dann auch nicht hinterfragen. Da hat es zumindest einen kleinen Mehrwert für die Grundidee, für das Gimmick. Ähm, das Problem ist einfach nur, die haben mit dieser Idee dann am Schluss nichts erreicht. Also es gibt halt nicht irgendwie ein Ziel, zu dem hingearbeitet wird. Auch vor allem dramaturgisch nicht. Ach so, die finden das raus in eine Sackgasse Ende oder was? So in etwa. Boah. Am Schluss haben wir dann eine Begegnung von Figuren, die sich halt mit einer Figur, die sie vorher kennen gelernt haben. Und da ist dann halt so, ach krass, du bist ja viel älter geworden auf einmal. Und das war mehr oder weniger so die Auflösung. Und da habe ich mir auch gedacht so, boah, nee, sorry, das hat zu irgendwie gar nichts geführt. Ah, ich hatte es schon echt befürchtet. Ich habe da ja auch nicht viel von erwartet, deswegen habe ich mir den auch noch gar nicht angeschaut. Ich werde dich gleich mal nach der Aufzeichnung hier dann privat off. Nach der Auflösung fahren. Ja, genau. Kannst du gerne tun. Also der hatte wirklich von vorne bis hinten mir leider nichts zu bieten. Und dazu muss ich leider auch sagen, es kann natürlich bedingt dadurch sein. Ich habe mir den in der Synchro anschauen müssen, die war, und das aus meinem Mund, weil ich die grundsätzlich die deutsche Synchro ja echt gut finde, die war bei den Filmen echt schlecht. Das finde ich merkwürdig, weil für so einen Film, der in Anführungsstrichen klasse, also renommierter Regisseur eigentlich und der Cast war vor allem halt bei zwei Jungdarstellern auch relativ cool. Da haben wir Thomasin McKenzie, die wir aus George and the Rabbit kennen und Alex Wolff, der hier bei Hereditary den Sohn gespielt hat. Ja, 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 doch. Ja. Den kenne ich natürlich. Von daher war das jetzt auch schauspielerisch jetzt nicht unterste Schublade. Und da hat mich das echt gewundert, dass die Synchro echt beschissen war. Aber natürlich nebenbei noch erwähnt, das habe ich eben natürlich vergessen, M. Night Shyamalan hat natürlich einen Cameo und ist natürlich eine Schlüsselfigur. Ach, das habe ich auch noch nie gesehen in einem seiner Filme. Genau, hat er sich wieder schön in den Vordergrund gedrängelt. Ja gut, bei seinem eigenen Film muss er das eigentlich nicht machen, aber ja. Nicht mal Hitchcock, der immer einen hatte, der hat das nur als Gag zwischendurch gemacht. Genau. Steigt mal aus dem Bus oder ist auch noch in der Zeitung zu sehen oder weiß ich nicht was oder sitzt irgendwo. Ja, lustig, dass du Bus erwähnst. Der spielt nämlich hier den Busfahrer, der die Leute zur Insel fährt. Aha. Okay. Ja, kann ich alles andere als empfehlen. Ja, schade. Ich bin auch durch mit dem. Ja, finde ich gut. Abgehakt. Den nächsten werde ich mir dann vielleicht auch sparen, es sei denn die Idee ist so großartig, dass ich mir das allein wegen der Idee anschaue. Noch nicht abgehakt habe ich David Lowry, der auch Ghost Story gemacht hat. Oh. Den haben wir auch mal, ich glaube in einem Jahresrückblick oder so. Wir haben den auf jeden Fall zusammengeschaut. Ja, aber ich meine, wir hatten den nicht auch sogar schon bei den Dings geguckt? Auf den Nights oder so? Nee. Okay, gut. Das war Ghost Stories. Ah! Ja, ein Buchstabe. Mit Martin Freeman. Nee, Ghost Story, dieses Drama mit dem, ich glaube der Typ stirbt und läuft dann als Geist rum. Okay. Du erinnerst dich offensichtlich. Ich tue es, das war der ganz ruhige. Ja, genau. Stimmt. Der ist cool. Ich schulde euch nämlich noch The Green Knight. Ja. Habe ich vollkommen vergessen, wollte ich eigentlich letzte Woche schon machen zum Kinostart. Dann ist mir der irgendwie völlig entfallen. Das ist das Problem, wenn man diese Pressevorführungen immer so ein, zwei Monate vor Start setzt. Dann vergesse ich das schon mal. Habe ich ja damals so ein bisschen angeteasert. Habe ich ja nur die Story erzählt. Dann durfte ich ja nicht weiter erzählen, weil das ja ein Embargo gab. Ja. Ja, Deadline hat dieses Embargo irgendwie nicht eingehalten. Warum auch immer. Ja. Kam einfach mit der letzten Ausgabe das Review. Die haben keine Deadlines, ne? Die haben sie nicht an die Deadline gehalten. Die Deadline. Ja, zur Geschichte habe ich ja schon was gesagt. Aber ich fasse hier nochmal ganz kurz zusammen für diejenigen, die das damals nicht gehört haben oder die sich nicht einen Monat zurück erinnern können oder wollen. Das ist eine Adaption hier von dieser Geschichte. Sir Gawain. Ich habe es das letzte Mal schon gesagt. Ich weiß es nicht. Im Film heißt er immer Gervin. Wird immer Gervin gesagt. Gervin and the Green Knight. Hat irgendwas mit Arthus und der Tafelrunde zu tun. Ich bin da nicht so drin in dem Thema. Habe ich auch damals schon gesagt. Und habe mich auch in der Zwischenzeit nicht eingelesen. Also bitte. Ja, kenne die literarischen Vorlagen da nicht. Und das ist so, dass der Gervin oder Gawain, hier gespielt von Dave Pater, der ist da irgend so ein Verwandter von dem König. Und dann gibt es da zu Ende des Jahres, was ist das, Weihnachten oder so? Ich weiß es nicht. Gibt es auf jeden Fall eine Herausforderung. Da kommt der grüne Ritter, The Green Knight, kommt rein und sagt so hier, wer gegen mich antritt mit dem Schwert und mir den Kopf abschlägt, der hat gewonnen. Also es geht darum, es ist nur ein Spiel, aber der kriegt dann halt Ruhm und keine Ahnung. Der gewinnt halt und der, der dann gewinnt, der muss dann ein Jahr später in die grüne Kapelle den grünen Ritter aufsuchen und sich dann von ihm genauso behandeln lassen. Weil der wehrt sich nämlich gar nicht großartig. Kein Spoiler an der Stelle. Gervin haut ihm halt den Kopf ab und ja, hat er gewonnen. Ja, cool. Denkt er wahrscheinlich so, kann mir ja nichts passieren. Ich habe ja gewonnen und der Kopf ist ab. Ja, der grüne Ritter steht aber auf, nimmt seinen Kopf mit und sagt so, in einem Jahr sehen wir uns wieder. Du kommst da hin. Okay. Ja, dann ein Jahr später ist es dann soweit. Der junge Schlingel macht sich dann auf den Weg und dieser Reise folgen wir. Ich kam damals aus der Pressevorführung raus und war ziemlich beeindruckt und begeistert, weil das wirklich ein bildgewaltiges Fantasy-Abenteuer ist mit Aussage. Der Trailer ist ein bisschen irreführend. Man könnte meinen, dass das so ein bisschen so wie Excalibur, so eine Ritter-Action ist, aber die Action ist hier sehr zurückgeschraubt. Das ist ein sehr langsamer Film. Das ist ein über weite Stellen sehr ruhiger Film. Aber der hat mich in seinen Sog gerissen. Der hat mich so richtig reingesogen in die Leinwand. War auch, glaube ich, die zweite oder dritte Kinovorführung, die ich dann nach dieser achtmonatigen Pause sehen durfte. Und das war schon ein Erlebnis. Ich weiß aber, dass das nicht für jeden oder für jede was sein wird. Weil der ist schon sperrig. Das ist schon ein sehr, sehr sperriger Film. Es geht natürlich um diese Reise. Auf dieser Reise trifft er auch dann zum Beispiel, also Alicia Vikander spielt auch mit. Auf dieser Reise trifft er Barry Keegan, der auch bei The Killing of a Sacred Deer mitspielt. Habe ich ja auch schon gesagt, der spielt hier auch wieder ein Arschlochkind. Der Film lebt komplett von seiner Stimmung, von seiner Atmosphäre, aber eben auch von diesem Weg. Er schleppt sich da auch langsam hin, weil er natürlich weiß, was ihm blüht. Und es geht eigentlich darum, ich versuche das zu sagen, ohne jetzt zu viel zu verraten, dass er das zulassen kann. Es geht darum, dass er damit abschließt und dass er sagt, so von wegen, okay, ich bin jetzt bereit dafür. Aber dieser Weg ist etwas zeitaufwendig und beschwerlich natürlich. Er trifft da so ein paar Figuren und vor allem trifft er auf sich und seine Einstellungen zu diversen Sachen. Ja, dann geht es am Ende so im Prinzip dann um diese Aussage. Da sage ich natürlich jetzt nicht zu viel zu. Ich finde den Film wunderbar. Ich finde den auch top fürs Kino. Also wer sich auf sowas einlassen möchte. Ich meine, Ghost Story war ja auch schon so sehr abgefahren, so weirder, ein bisschen hipstermäßig eigentlich. Und darf man halt nicht verwechseln. Das ist kein Fantasy-Action-Epos. Es ist kein Spin-Off von Der Herr der Ringe oder sowas. Auch wenn es ein bisschen danach klingt mit dieser langen Reise. Ja, in der Tat. Aber es ist sehr anders. Es ist vor allem von der Art der Inszenierung ist es anders. Aber wer sich auf sowas einlassen mag, der wird meines Erachtens belohnt. Okay. Ich finde, das ist ein sehr schöner Kinofilm. Ich habe da meine Freude dran gehabt. Ich kenne auch ein paar Kollegen, die gesagt haben, so, boah, ich habe keinen Zugriff gefunden. Okay. Der war komplett unzugänglich für die, weil der, ja gut, der ist halt nummersperrig und der ist halt auch langsam. Ja, geht wahrscheinlich auch ein paar Minuten. Ja, der geht über zwei Stunden und ja, so der weirde Manu, find ich wieder toll. Ist halt so ein typischer Film. Also entweder ist das dann wirklich was für die Programmfans oder halt für die prätentiösen, wannabe-coolen Kino-Hipster. Okay. Aber die werden alle ihre Freude daran haben. Okay. Ja, auf jeden Fall ein Film für die Leinwand, weil bei Ghost Theory würde ich halt nicht unbedingt sagen, dass es ein Film ist, den man auf der Leinwand schauen müsste. Ja, ja, das würde ich auch so unterschreiben. Der hier schon eher, das ist ein Coming-of-Night-Drama quasi. Okay. Ja, schön. Kann man sich ja auch aktuell dann im Kino anschauen. Kann man tun. Ich spreche da eine Empfehlung aus, aber wie gesagt, für Leute, die da Action erwarten oder einen zugänglichen Film, den man locker nach dem Feierabend mal so reinschieben kann, so wegsnacken, eher nicht. Okay. Gut, dann komme ich mal zu einem Film, bei der sich mir direkt die Frage aufzwingt, weil du ja quasi weißt, was ich jetzt besprechen möchte, ob du denn glaubst, dass der Film auch eher von mir aus eine Empfehlung sein könnte? Das ist sehr schwer. Ich war zur PV eingeladen. Ja. Ich war sogar eingetragen, aber ich konnte nicht, weil auf der Arbeit so viel los war, dass ich die Kollegen einfach nicht im Stich lassen konnte und wollte, bin da nicht hingegangen. Ich habe mich schon ein bisschen drauf gefreut, weil ich den letzten Guy Ritchie-Film wieder sehr cool fand. Du bist ja auch ein Gentleman. Richtig. Du aber auch. Wir sind quasi The Gentleman. Richtig. Und jetzt kommt hier Wrath of Man oder wie auf Deutsch, adäquat übersetzt natürlich Cash Truck. Ja, wie auch anders. Also Wrath of Man bedeutet ja Cash Truck auf Deutsch. Und da habe ich mich, ich weiß nicht, also ich war ein bisschen zwiegespalten, weil das wurde jetzt angekündigt, so endlich wieder Jason Statham heißt er übrigens. Jason Statham und Guy Ritchie endlich wieder vereint das erste Mal seit, weiß ich nicht, Snatch oder so. Ach nee, die haben nochmal Save. Nee, wie heißt der? Save. Nee, Revolver. Stimmt. Ja, da haben sie, glaube ich, noch das letzte Mal zusammengearbeitet. Weiß ich jetzt nicht, ob ich mich da unbedingt so drauf freue, weil Jason Statham jetzt auch nicht unbedingt immer für Qualität spricht. Ja, das ist richtig. Ich sage nur The Mag oder sowas. Deswegen, ich weiß nicht, ich fand den Trailer ein bisschen Standard. Deswegen könnte ich mir vorstellen, dass du den jetzt nicht so toll findest, aber was sagen schon Trailer, ne? Keine Ahnung. Das ist richtig. Ich habe den Trailer gar nicht gesehen. Ich habe mich da ein bisschen überraschen lassen. Der Gentleman steht bei mir auch noch ein bisschen offen. Der wundert mich nur, dass du den Trailer nicht gesehen hast, weil der lief sehr häufig im Kino zuletzt. Okay, gut. Kann ich mir vorstellen, dass der relativ generisch ist und auch so auf den ersten Blick nichts Neues zu bieten hat. Auf den zweiten Blick, also beziehungsweise nach Blick in den Film, kann ich auch eigentlich nur sagen, das stimmt eigentlich auch. Der Film hat nicht wirklich was Neues zu erzählen. Wir haben hier quasi einen, ja, Heist-Film, der sich mit einem Genre verbindet oder den Guy Ritchie hier mit einem Genre verbindet, in dem er sich auch sehr wohl fühlt. Das möchte ich jetzt aber nicht genau ausformulieren, weil da drin auch so eine Art von Twist liegt, den man schon ein bisschen hat kommen sehen, aber den ich ganz cool fand. Der Film hat leider das Problem, dass ein paar Sachen sehr offensichtlich sind, aber ganz kurz zur Geschichte. Wir haben hier den Jason Statham, der spielt den Age, der arbeitet für ein Cash-Truck-Unternehmen. Also das heißt, die fahren quasi von Betrieb zu Betrieb und sammeln dort Geld auf. Geldtransporter. Genau, danke. Ja, muss dann halt das Geld ja eigentlich nicht mit seinem Leben beschützen, aber er ist halt ein krasser Typ und ist halt auch, was Schussfertigkeiten und so angeht, hochversiert. Der ist auf jeden Fall neu auch in diesem Team, der kommt ganz frisch rein. Und ja, dann sehen wir quasi so ihn bei der Arbeit mit den Kollegen und so weiter und so fort. Und dann sehen wir natürlich noch den Gegenpart, eine Gang, eine mafiöse oder ja eine Mafia-Struktur auf jeden Fall hat, die halt diese Trucks regelmäßig überfallen, um halt das Geld zu stehlen und das schon sehr gut organisiert halt auch machen. Und dann steht die Frage im Raum, weil der Age halt relativ neu dazukommt. Der hat halt auch eine etwas in Anführungsstrichen komische Vergangenheit, ist auch nicht so ganz klar, woher er denn jetzt kommt, was er für Erfahrungen hat etc. Auf jeden Fall haben wir dann auch noch einen Vorfall, den wir ganz am Anfang sehen. Ich hoffe, ich bin jetzt nicht zu durcheinander in meiner Erzählung, aber man kann das relativ schnell connecten und kommt dann auch darauf quasi, was hier Sache ist. So, aber auch hier, wie gesagt, das hatte ich ja schon erwähnt, es ist nichts Neues, auch wie der Film dann im Nachhinein verfolgt, haben wir alles irgendwo schon mal gesehen. Achso, ich glaube, das, was du als Twist meinst, das ist aber auch im Trailer drin. Okay, und das wäre? Dass es auch ein Rache-Film ist. Achso, ja, ist im Trailer drin? Ja, ja. Okay, ja gut. Das ist, also der fängt nur ganz kurz an von wegen, ja, der ist der Neue, dann ballert er ein bisschen rum, dann wird jemand erschossen und er lässt dann alles stehen und liegen und sagt so, hier, jetzt mache ich euch alle platt. Okay. Das sieht so aus wie so eine Mischung aus The Town, Heat und John Wick. Ja, 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 John Wick auf jeden Fall viel drin. Da wird natürlich auch schon viel geschossen, obwohl Heat-Vibes, was das angeht, auf jeden Fall auch ein paar coole Shootouts. Aber der Twist geht noch einen Ticken weiter, beziehungsweise es ist überraschend, woher dieses Rache-Motiv kommt. Achso, okay. Aber das ist halt auch Guy Ritchie-typisch, aus welchem Lager diese Figur dann halt kommt, beziehungsweise da ist dann vielleicht nur entscheidend, welche Position die in diesem Lager hat. Achso, achso. Ich fand ein paar Sachen ganz cool. Der Soundtrack, den fand ich überzeugend. Ich fand, der hat ein paar schöne Shootouts, er hat ein paar coole Action-Szenen, besonders dann halt auch diese Überfall, diese Heißgeschichten, Verfolgungsjagden etc. Er hat ein paar für mich eher dürftige Nebendarsteller, aber er hat einen fantastischen Bösewicht, den sie leider aber noch nicht zur Gänze zu dem gemacht haben, was er sein könnte. Und zwar den Sohn von Clint Eastwood. Ich bin nicht der Meinung, dass Scott Eastwood ein guter Schauspieler ist, aber wenn sie ihm Rollen geben würden, in denen er weniger sprechen darf oder kann oder muss, dann brilliert er. Oder sein Vater synchronisiert ihn einfach. Ne, aber ich meine, wenn man mit ihm so verfahren würde, wie mit seinem Vater, der halt Filme eigentlich gemacht hat, in denen er gar nicht gesprochen hat, ich glaube, dann könnte das ein ganz großer Action-Held werden, weil der natürlich das Charisma von Eastwood so ein bisschen mitbringt. Er bringt die Augen mit, er hat mittlerweile halt auch den coolen Bart, den Look, das passt. Wäre für mich auch vielleicht irgendwann mal so einer, der vielleicht so einen Wolverine darstellen könnte, da braucht er aber noch einige Jahre, wenn nicht sogar eine Dekade. Ist er nicht zu groß? Ach, das weiß ich nicht. Sollte der kleiner sein, der Wolverine? Ich bin jetzt eigentlich so 1,65, glaube ich. Also Hugh Jackman war auch schon zu groß, aber egal. Er ist jetzt wieder hier Comic-Nerd. Nee, aber wenn sie den mal in so einen Film packen und da sagt er gar nichts, fantastisch. Ich finde, der hat halt auch den Blick seines Vaters drauf und das passt einfach hervorragend. Fand ich dann tatsächlich einen Mehrwert. Aber das muss man sich erarbeiten, so wie Nicolas Cage. Der sagt so, ja, ich spiele in dem Film mit, aber nur wenn ich nicht reden muss. Willi's Wonderland. Ich habe keinen Bock, irgendwie jetzt hier Text auswendig zu lernen. Ich verkloppe ein paar Sachen und dann grimme ich in die Kamera einen Paycheck. Ja, würde ich mir auf jeden Fall wünschen, wenn sie den halt häufiger in so fiese Rollen casten. Weil das ja auch genau das Gegenteil von dem ist, was sein Vater so gemacht hat. Manchmal hat er so ein bisschen genervt, was so Erklärungen angeht. Wir kriegen Rückblenden. Mitten im Film haben wir dann auch quasi, werden wir in eine ganz andere Zeit versetzt. Also in die Vor, den Vorfall, den wir am Anfang sehen. Das heißt so Aufklärung, eine Motive etc. Das fand ich dann ein bisschen alles zu weit ausformuliert, weil es dann quasi auch so ein kleiner dramaturgischer Bruch ist. Da wird halt der in Anführungsstrichen Twist oder die Wendung oder die Aufklärung wird da halt ein bisschen zu sehr ausgeschlachtet. Er trägt zur Charakterbildung von Agee, Jason halt, bei. Der, wie ich finde, hier auch wieder eine gute Figur macht, weil er in diesen Rollen eigentlich auch, wie ich finde, immer gut aufgehoben ist. Der ist wortkarg. Der hat wieder ein paar lockere Sprüche auf der Zunge. Und ansonsten guckt er eigentlich nur grimmig in die Kamera. Ich meine, zu mehr ist der, glaube ich, auch nicht groß in der Lage. Also mehr habe ich von ihm bis jetzt auch noch nicht gesehen. Also du kannst mich gerne eines Besseren belernen. Aber selbst in den Fast and Furious-Geschichten und sonst allen Filmen, da geht es eigentlich nur um seine Präsenz. Und dass er halt ein cooler Motherfucker ist und dass man ihm halt abkauft, dass er ein harter Typ ist. Obwohl er jetzt neben so einem The Rock oder Schwarzenegger oder Stallone eigentlich wie ein Junge aussieht. Übertrieben gesprochen. Ja, also ich glaube jetzt so Snatch und so war doch auch noch ganz cool. Ja, okay, gut. Aber die Jahre sind ja auch schon gezählt. Ja, ja. Nee, aber ich muss sagen, so insgesamt war der Eindruck okay. Ich bin jetzt nicht hellauf begeistert. Ich finde Eastwood halt einen coolen Mehrwert. Ansonsten haben wir noch den Holt McCallany, der hier in Mindhunter, hier den älteren der beiden Detectives spielt. Den ich auch sehr mag. Ach ja, ja, ich weiß, was du meinst. Aber nur leider ist das hier in ein paar Rollen dürftig besetzt. Also ich fand halt so ein paar Nebendarsteller fand ich echt schwach, weil ich es sehr schade fand. Und ich würde sagen, das ist ein solider Action-Thriller, der manchmal es sich ein bisschen zu schwer macht. Zu häufig dann so dramaturgische Schlenker macht, die unnötig gewesen wären, die das Ganze ein bisschen auch unnötig aufblähen. Ich meine, der geht auch zwei Stunden, aber der kann dann trotzdem mit einem coolen Statham überzeugen. Und ja, mit dem, was er halt auch vordergründig ist, halt ein teilweise recht gnadenloses Heist-Movie. Wie viel Guy Ritchie ist denn da drin? Das ist ja dann die Frage. Also geht man da rein, wenn man sagt, ich will wieder einen Guy Ritchie-Film sehen, sodass man das erwartet, was man bei The Gentleman auch bekommen hat. Wird dann enttäuscht oder sagt man so, ja, ich will jetzt eher so einen Jason Statham-Film gucken und Guy Ritchie hat zufälligerweise Regie geführt? Eher zweiteres. Ah, okay. Guy Ritchie hat hier weniger Fingerabdruck hinterlassen, als das Statham tut. Also ich würde eher sagen, es ist ein Statham-Actioner. Okay, ein bisschen überraschend. Also deine Empfehlung fällt da sehr beschränkt aus? Bescheiden, sagen wir es mal so. Also ich würde ihm, glaube ich, so einem Fast and Furious immer vorziehen. Wobei ich sagen muss, dass ich letztens gehört habe, was in dem passiert. Und zwar, ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast, aber in Fast and Furious 9, da sollen die auch mal kurz im Weltraum sein. Ja, es war ja überfällig, ne? Also Leprechaun war ja schon in Teil 4 im Weltraum. Ja. Und der Jason in Teil 10, glaube ich. Genau. Und Pinhead in Teil 4 auch so ein bisschen. Ja. Das ist ja überfällig eigentlich. Ja, aber wie sie das halt anstellen, das klingt schon sehr trashig. Oder könnte vielleicht irgendwann mal für mich ein Argument sein, mir den doch einmal anzuschauen. Der Schrock hat doch auch gesagt, ab Teil 5 sind die halt nur noch abgedreht und vollkommen drüber, dass man die halt so als lockere Billo-Unterhaltung nehmen kann. Stimmt, ich glaube, ich habe nämlich sogar auch den ersten mit The Rock gesehen. Und den fand ich schon irgendwo ganz nett, weil der halt wirklich nicht ansatzweise irgendeine Hirnwindung anregt, sondern einfach nur deine Lachreflexe so ein bisschen stimuliert und du halt genügsam deinen Popcorn in dich reinschaufeln kannst. Stumpfe Unterhaltung. Genau. Es kann sein, dass das cool ist. Ich kann dazu nichts sagen. Ich kann nur sagen, dass mich das bisher nicht so antörnt. Ja. Aber vielleicht gucke ich mir eines Tages dann ab Teil 5 an oder so. Ja. Mal schauen. Gibt ja dann auch tatsächlich noch ein bisschen was nachzuholen. Ich glaube, dass man die Geschichte auch so versteht, ohne die ersten Part zu gucken. Ja, ja. Ich meinte nur, da gibt es dann auf jeden Fall noch ein paar Filme zu gucken. Also, weil es ja schon der neunte ist. Ja. Bei The Suicide Squad, der jetzt im Kino läuft, den habe ich letzte Woche gesehen, da muss man auch nicht unbedingt Suicide Squad gesehen haben. Bisschen verwirrend. Ja, ich wollte gerade sagen, den Titel kennt man doch. Ja. Suicide Squad aus dem Jahr 2016, glaube ich. Kannst du dich noch erinnern? An den Film oder ob der aus 2016 ist? Nee, an den Film und wie gut der war. Ich kann mich auf jeden Fall leider an einiges erinnern und ich kann mich daran erinnern, dass das ein ziemlich beschissener Film war. Ja, das war so mit einer der miesesten Filme und die größte Enttäuschung des Jahres, kann man schon sagen? Ja, schon. Da hat man irgendwann gesagt, wir müssen das rebooten, wie man das ja jetzt immer so macht. Der Film kam nicht gut an bei den Fans, der hat auch, glaube ich, insgesamt noch nicht so überzeugt an der Kinokasse. Jetzt müssen wir ein Reboot machen, wir müssen das alles neu machen. Wir packen einfach ein Würf vor, holen uns jemanden, der bei Marvel hier gut abgeliefert hat, hier James Gunn. Ist ja da auch ein bisschen in Ungnade gefallen, wegen so ein paar Tweets, die 100 Jahre alt sind und wahrscheinlich auch gar nicht so ernst gemeint waren. Weiß ich nicht, möchte ich gar nicht bewerten. Und dann rebooten wir das Ganze mal. Da frage ich mich erst mal so, ja, ganz ehrlich, also es ist ein billiger Versuch, da so ein Franchise wieder zu reanimieren. Ja, definitiv. Du hattest auch gar keinen Bock auf diese Presseverführung, ne? Nicht so direkt. Also ich konnte mir halt auch nicht vorstellen, dass sie das irgendwie, weil sie auch ein paar Figuren gleich besetzt haben. Wobei eigentlich ja nur die Margot Robbie als Harley Quinn, oder? Und Rick Flagg. Okay. Und die Viola Davis natürlich als Amanda Waller. Und der Jai Courtney als Captain Boomerang. Ja, also du hattest keinen Bock auf die Presseverführung, bist gar nicht mitgekommen. Ich habe gedacht, komm, ich nehme die mal mit. Und was soll ich dir jetzt sagen, also die Zeichen standen ja alle auf, ich hatte auch keinen Bock. Es ist, Suicide Squad war Murks und Harley Quinn geht mir auf den Keks, Birds of Prey war scheiße. Wonder Woman 84, Mies. Ja, Justice League nochmal durch Zack Snyder Mixer gejagt, war dann wieder ganz cool. Aber auch jetzt nicht das, Post Magnum, auch nicht der beste Film aller Zeiten. Und dann kommt diese Überraschung, denn kein Scheißmann. Der Film rockt so unglaublich derbe. The Suicide Squad ist für mich jetzt schon die Überraschung des Jahres. Okay, auch der beste Film des Jahres. Ach nee, das ist schwierig zu sagen, aber da möchte ich auch noch nicht spoilern. Aber da war kein bisschen Zynismus oder Ironie drin. Der Film ist echt geil. Natürlich spielen Michael Rooker und Sean Gunn mit. Es ist ein James-Gunn-Film. Und das merkst du von vorne bis hinten. Cool. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Das führt uns am Anfang erstmal in die Irre mit einem Suicide Squad, das dann sehr schnell gar keine Rolle mehr spielt. Und dann kommt das Suicide Squad um Bloodsport, gespielt von Idris Elba und Peacemaker, gespielt von John Cena. King Shark ist dabei. Sehr cooler Charakter. Einfach ein Hai, der in Menschenform da ist. Der hat eine coole Stimme. Wird gesprochen von Sylvester Stallone. Also es geht so ein bisschen in die Groot-Richtung, aber er kann sich besser artikulieren als Groot. Okay. Joel Kinnaman als Rick Flagg dabei. Und alle Entscheidungen, die man im Zusammenhang mit diesem Film getroffen hat, sind alle besser als alles, was Suicide Squad gemacht hat. Der Film ist einfach viel besser, als er eigentlich sein dürfte. Also ich bin so begeistert. Wir sind da alle sehr begeistert aus dieser PV rausgegangen. Erstmal. Die Comics dazu sind ja unfassbar durchgedreht. The Suicide Squad, ja. Die ergeben auch nicht viel Sinn. Was heißt viel Sinn, aber es ist eigentlich kompletter Blödsinn und bunter Schwachsinn. Und das hier auch. Einfach zwei Stunden geile Unterhaltung. Okay. Die Sache ist so, erstmal ist die Mission sinnvoll für The Suicide Squad, weil die müssen auf so eine Insel, also es ist ein Fake-Staat in Südamerika. Ja. Auf so einer Insel mit so ein paar Anspielungen an gewisse andere Länder in Südamerika. Ist egal, auf jeden Fall so ein Diktatur-, Militärregime und so. Und die müssen da hin, um was zu vernichten, ja, was irgendwie schlechte Presse halt für die USA sein könnte. Allein das schon mal, ne. Das ist genau der Sinn von, warum du halt diese Verbrecher und die Söldner dahin schickst, ja. Es geht nicht darum, dass die auf einmal gut sind und da irgendwelche bösen Mächte bekämpfen müssen. Das ist totaler Schwachsinn. Die müssen halt so Drecksarbeit machen, ja. Die müssen die Drecks-Scheiß-Missionen machen, von der in den USA am besten keiner was mitbekommt. Weil die halt eben expendable sind. Das ist ja scheißegal. Wenn die sterben, Pech. Wenn die ihren Auftrag nicht erfüllen, dann explodiert das Halsband a la Escape from New York und dann auch Pech. Die Zusammenstellung ist erstmal geil. Idris Elba und John Cena, also Peacemaker und Bloodsport, die haben echte Konflikte untereinander in dieser Gruppe. Warum Bloodsport mitmacht, das ist auch wieder ein Konflikt, der uns halt so ein bisschen Sympathie für die Figur empfinden lässt. Aber auch nur auf gewisse Weise. James Gunn versteht das einfach, mit diesen Figuren umzugehen. Der hat die alle im Griff, der hat Kontrolle. Und das Coole ist, dann entstehen glaubhafte Konflikte zwischen Bloodsport und Peacemaker. Es besteht auch mal ein Konflikt zwischen Rick Flagg und den einzelnen Figuren. Es funktioniert. Harley Quinn, die ich ja als Figur wirklich unausstehlich, weil schrill und hysterisch finde, kommt hier in gewissen Dosen vor. Genau richtig eingesetzt. Nicht zu viel, nicht zu wenig. Sie hat auch mal so einen eigenen Auftritt, der super krass in Szene gesetzt ist. Apropos in Szene gesetzt. Die Visual Effects, die sind unglaublich gut. Peacemaker hat so einen spiegelnden Helm, der liegt dann irgendwo und da gibt's einen Kampf, der sich da teilweise drin spiegelt. Das ist sauschwer zu machen. Lichtverhältnisse. Der King Shark sieht super aus. Also alles, was irgendwie CGI ist, und da ist viel in dem Film, das sieht einfach richtig gut aus. Also das ist wirklich, also Bombe gemacht. Der ist teilweise knallbunt, aber ultrasplättrig, ultra brutal. Dann hat er diesen Humor. Es ist halt schon geil, wenn die so in bester Predator-Manier einmal da so ein Dorf niedermachen. Ja. Den Bösen und so. Und das ist ja auch lustig, was dann daraus wird. Also, ich weiß gar nicht, ich wusste nicht, wo ich aufhören soll. Ich weiß gar nicht, wo ich aufhören soll, ja. Es gibt am Ende noch was, jetzt weiß ich jetzt nicht, weil ich das, sag mal so, die haben es geschafft, noch einen Kaiju-Kampf da reinzubringen. Okay, cool. Ja, der Film ist so genauso durchgedreht wie die Comics. Ich sag dir ganz ehrlich, natürlich hat nicht jeder Gag bei mir gezündet. Ich fand auch vieles zu albern und auch mal ein bisschen zu oft wiederholt. Aber das war scheißegal. Weil am Ende des Tages rockt der Film, macht Laune, ergibt sogar in sich irgendwie Sinn. Also es ist, wie gesagt, wir können die Figuren verstehen, wir können deren Aktionen verstehen. Splatter, Action, Comedy, das Casting, genau die Figuren richtig besetzt, alles richtig gemacht. Ja, wie gesagt, hier und da kann ich mal auf einen Gag verzichten auch. Aber der Film weiß von Anfang an, was es für eine Art Film ist. Und so musst du es machen. Und somit hat James Gunn, im Alleingang wäre blöd zu sagen, bei so einem Film arbeiten tausend Leute mit. Er hat mit seiner Geschichte und seiner Regie und er hat einfach mal in diesem Sommer das DCEU gerettet, würde ich mal sagen. Gebt dem Mann einfach jetzt jede Comic-Verfilmung. Scheißegal, Marvel, DC oder Image Comics, Boom Comics, Dark Horse. Der soll einfach alles machen, ich vertraue dem. Hat der denn jetzt zum DC Extended Universe auch beigetragen? Nee, der Film kann auch für sich alleine stehen, das ist schon vollkommen in Ordnung. Natürlich spielt er in der gleichen Welt, aber da gibt es jetzt auch nicht großartig Überschneidungen oder so. Okay, also auch keine Post-Credit-Scene mit oder End-Credit-Scene, solche Geschichten? Doch. Okay. Es gibt eine Post-Credit-Scene, spielt aber eher auf Serie an, die man dann da irgendwie machen wird, glaube ich. Das ist nicht ganz verstanden. Aber ich sage dir ganz ehrlich, warum? Also wir haben so wenig erwartet davon, ne? Warum? Wir sollten doch dem Mann vertrauen, der das Drehbuch mitgeschrieben hat zu Tromi und Julia, der so Filme gemacht hat wie Sliver oder wie Super. Ja. Wir sollten dem Mann noch vertrauen. Ja, ich würde auch sagen, ich meine, er hat ja auch mit den Guardians of the Galaxy, er hatte ja auch zwei fantastische, bunte, lustige, was Figuren angeht, sehr ausgewogene Filme im MCU gemacht. Von daher, ich finde, er ist da ganz gut aufgehoben. Und genau das hat er komplett adäquat übertragen in dieses völlig bekloppte Franchise, was eben The Suicide Squad ist. Und allein auch wegen dieser brachialen Bilder und dieser geilen Effekte auf jeden Fall im Kino. Leute, wenn ihr Spaß haben wollt im Kino diese Woche oder nächste Woche, in den kommenden Wochen, einfach nur mal Action und Unterhaltung, geht in den Film. Das ist dann also so quasi schon so irgendwo der Sommer-Blockbuster. Ja, es ist so überraschend. Also keiner hätte das gedacht. Marius und Alper waren auch da. Wir kamen da raus und haben gesagt, das darf eigentlich gar nicht wahr sein, oder? Alle waren total überrascht. Also noch ein paar andere Kollegen habe ich dann gehört, wie der mit der Dame vom Verleih gesprochen hat. Und alle waren nur so, ja, okay, klar, tausendmal besser als der andere. Und ja, ich könnte mir vorstellen, dass da John Cena eine ganze Menge als Friedenstifter halt beigetragen hat. Ja, also auch ein cooler Charakter with a little twist. Sehr cool. Funktioniert. Ja gut, wird nachgeholt. Ist ja schon etwas überraschend, wenn es im DCU dann auch mal solche positiven Überraschungen gibt. Ja, aber bevor wir mit der nächsten Überraschung weitermachen, führen wir doch lieber nochmal einen Patreon-Wunsch. Ja, sehr gerne. Wir hatten uns ja letzte Woche dazu auch ein bisschen geäußert. Ich glaube nicht im Podcast groß, aber so dann halt unter unseren Unterstützern. Die haben uns auch wieder fleißig mit Wünschen versorgt quasi. Und was da für Leckerlis dabei sind. Ja. Ich freue mich schon. Ja, und es war ein bisschen krass, was dann auch noch von uns gezogen wurde. Denn quasi so schon so von einem unserer derzeit sogar sehr omnipräsenten Lieblingsregisseure, nämlich John, dem Carpenter. So sieht es aus. Absoluter Klassiker. The Fog im deutschen Nebel des Grauens aus dem Jahr 1980. Genau. Das ist so eine Sache, also ich habe jetzt hier die Studio-Kanal-Fette-Box aus UK hier stehen. Ja. Also ist meine Meinung zu dem Film ja eigentlich klar. Boah, wir brauchen ja keinem erzählen, dass ich den Film super finde. Doch. Ja, müssen wir das jetzt noch den Leuten erzählen. Aber ich habe ihn geguckt, pass auf, das ist jetzt der Kicker. Ich habe ihn mit meiner Freundin geguckt und die kannte den noch nicht. Achso, ich dachte, wir erzählen auf Deutsch. Nein. Warum sollte ich das tun? Das wäre jetzt genauso überraschend für mich gewesen. Es wäre auch ziemlich überraschend. Aber ich kann zumindest mal auch sagen, wie meiner Freundin der Film gefallen hat. Aber erzähl uns doch erstmal kurz, worum es in The Fog, Nebel des Grauens geht. Um einen todbringenden Nebel. So viel möchte ich verraten. Wir befinden uns hier an der Küste. Wir folgen eigentlich einer Radiomoderatorin, der Stevie Wayne. Gespielt von? Adrienne Barbeau. Richtig. Der damaligen Frau. Also ich meine, da war sie schon, die Frau von John Carpenter. Ja, die spielt halt einen Radiomoderatorin, Schrägstrich DJ. Die versorgt halt diese kleine Stadt da in Kalifornien, beziehungsweise Antonio Bay auch genannt, mit nicht nur Nachrichten, sondern halt auch schöner Musik. Und die entdeckt eines Tages einen leuchtenden Nebel. So, gut, nachdem am Anfang des Films natürlich ein alter Mann, ganz liebevoll, ganz jungen Kindern eine Gruselgeschichte von einem, ja, Geisterschiff quasi erzählt. Wo dann quasi so, ja, tote Piraten über den Nebel transportiert werden und dann halt andere Schiffe überfallen etc. pp. So, und die entdeckt halt diesen Nebel, der dann auch geil leuchtet. Und ich muss sagen, dieses Bild, also allein dieser leuchtende Nebel ist schon ein Grund wert, diesen Film zu sehen, weil das so unfassbar geil aussieht. Es zeigt halt auch, was für ein krasser Regisseur John Carpenter ist. Der hat quasi dem Nebel Regieanweisungen gegeben. Der Nebel hat sich genau bewegt, wie er das wollte. Und er hat auch noch geleuchtet. Ja, das ist schon ein großes Kino auf jeden Fall. Dann haben wir noch so kleine Nebengeschichten, wie zum Beispiel der Anhalterin Elizabeth Solley, die hier von Jamie Lee Curtis gespielt wird. Und Nick Castle, der hier von Tom Atkins gespielt wird, der sie halt mitnimmt. Und dann noch so eine kleine Liebesgeschichte nebenbei. Ja, der ist gefühlt doppelt so alt. Nimm sie mit und sie schon so, ja, ich weiß nicht, bist du so ein Weirdo. Aber dann wird direkt danach genagelt. Ja. Gute alte Zeiten. Ja, genau. Dann haben wir noch die Bürgermeisterin, die hier von der Janet Leigh gespielt wird. Und die Mutter von Jamie Lee Curtis ist. Das nebenbei auch. Aber die hat halt eine zweite Hand, eine rechte Hand, die hier von Nancy Loomis gespielt wird. Also wir merken schon ganz viele alte Bekannte. Vor allem halt auch für Carpenter-Filme. Ja, mittlerweile für mich, weil dazu wollte ich dann gleich noch kommen, richtig geiler, atmosphärischer, in jeglicher Hinsicht spannender Horrorfilm. Ja, es ist im Prinzip, ist das so eine Rache-Geschichte. Also die Zombie-Piraten, das gibt so einen Fluch, die nehmen dann Rache und kommen dann durch den Nebel wieder an dieses Küstenstädtchen. Ja, und töten dann halt auch quasi in diesem Nebel. Sechs müssen sterben. Stimmt. Six must die. Ja. Die holen sich immer genau sechs, Leute. Das ist so die Story und ja, du hast gesagt, die Atmosphäre, dieser Nebel. Es ist eigentlich der perfekte Film für den Herbst oder in Deutschland auch für den Sommer. Sich dann mal gemütlich mit der Decke aufs Sofa zurückzuziehen. Die Stimmung wird erzeugt durch die Beleuchtung, durch das Spiel Licht und Schatten. Durch den Nebel. Das Carpenter gut macht und dieser Nebel, der dann von hinten beleuchtet ist und wir sehen eigentlich die ganze Zeit, also wenn wir sie mal sehen, sehen wir diese Piraten oder Zombie-Piraten, Geister-Piraten, was auch immer. Eigentlich nur in der Silhouette. Genau, sehr schämhaft. Ja, das ist schon gruselig auch. Ja. Das erzeugt diese wirklich gruselige Stimmung. Ich finde das Setting geil, dieses Küstenstädtchen. Auf jeden Fall. Wer da, wer selber schon mal an so einer Küste, vor allem in den USA war, der wird das nachvollziehen können. Das hat so eine ganz, ganz eigene Atmosphäre und Feeling auch. Ja, und vor allem die Adrian Babaut im Leuchtturm, wo sie dann KAB 1340, den Radiosender da macht. Das ist so gut eingefangen. Wie gesagt, meine Freundin hat den noch gar nicht gesehen und die ist kein großer Horror-Fan, obwohl das auch nicht immer stimmt. Sie mag diesen Jumpscare-Horror halt nicht. Tue wir ja auch nicht. Ja, genau. Bei ihr ist das so hit and miss. Manchmal funktioniert das, sowas wie Ready or Not, finde ich ja blöd. Hatte gar keinen Bock drauf. Aber The Fog hat ihr richtig gut gefallen. Okay, zu Recht. Also eben auch so diese ganze Atmosphäre, cool fand die Figuren, aber natürlich auch zuträglich zu der Atmosphäre ist dieser unglaublich geile Soundtrack. Richtig. Und John Carpenter dudelt hier nicht einfach sein Thema durch die ganze Zeit. Klingt jetzt ein bisschen despektierlich, aber ganz ehrlich, unsere Fünf-Ressen-Familie und unsere Cinefield-Psychos wissen natürlich, dass wir große Fans sind, auch von seiner Musik. In dieser fetten Box, die ich da habe, ist auch sogar die Soundtrack-CD drin. Hier gibt es verschiedene Musikstücke und die passen alle so gut da rein. Das Finale spielt sich ja dann für eine Person natürlich auf dem Leuchtturm ab und für die anderen dann in der Kirche. Das ist auch nochmal cool mit dem Kreuz. Und ich war mir immer nie so richtig sicher, ob das wirklich Kritik an der Kirche ist, schon so ein bisschen auch. Weil die ja da auch was geklaut haben, da mit diesem goldenen Kreuz. Da kommen ein paar richtig starke Szenen. Also der ist visuell halt auch sehr stark. Ist nicht so blutig. Das ist auch das Schöne, weil Carpenter ist eigentlich nicht für Splatter bekannt. Das hat er sich, glaube ich, eigentlich nur bei The Thing so richtig ausgelebt. Ja, also was Splatter angeht, schon später hier so mit The Wards und Vampires und solche Geschichten. Da ist er dann schon wieder was blutiger geworden. Aber das war hier schon eher so subtiler Horror. Ja, der hat nichts von seiner Faszination verloren. Und ich muss sagen, das Krasse ist halt, du hast ja auch unter anderem die 4K-Scheibe. Und beide sind ja auf jeden Fall geremastert. Das Bild, das ist so unfassbar geil. Und da muss ich halt auch sagen, es wäre schön natürlich gewesen, den damals im Kino gesehen zu haben. Wie so andere viele Klassiker, nicht nur von Carpenter, aber natürlich. Es ist schon ein Luxus, dass wir, gut, ich meine, wenn wir 1960 geboren wären, wären wir jetzt auch noch auf der Welt und könnten uns die halt in so geiler Qualität angucken. Aber ich möchte da nur mal erwähnt haben, so von wegen, dass es schon geil ist, in dieser Zeit zu leben, wo wir halt solche Klassiker mal in einer richtig, richtig geilen Qualität zu sehen. Und das ist mir besonders bei The Fob von Studiokanal halt aufgefallen. Das Bild ist einwandfrei. Vor allem, was die Schwarzwerte angeht. Und das trägt dann halt auch so ein bisschen dann halt auch zur Atmosphäre bei. Ja, gerade in den dunklen Szenen ist er halt, der Film ist halt auch sehr dunkel. Richtig. Besonders in den dunklen Szenen, da kann ich mich noch an früher an VHS-Zeiten erinnern, da hat man so gut wie nix gesehen. Hier ist es auch, man sieht alles, aber auch jetzt nicht so im Detail, aber das ist auch Absicht. Okay, aber vor allem halt auch sehr farbenprächtig, besonders wenn es dann halt in der Kirche stattfindet. Da sehen wir dann halt so ein bisschen die Argento- oder Mario Bava-Farben, Pracht, das sieht super geil aus. Ja, finde ich besonders stark. Also am Anfang, wenn so ein paar Sachen angeleuchtet werden, die Tankstelle und sowas, da auf jeden Fall. Die Farbenpracht kommt in den hellen Tagsszenen auf jeden Fall richtig zur Geltung. Oh ja. Das ist das Rot und das ist der Film richtig farbenprächtig. Also da kommt so richtig so dieses Küsten-Sommer-Feeling auf, das ist schon ganz geil. Ja, was halt für mich auch mit das Wichtigste ist, dieses Küsten-Feeling. Das ist halt einfach ein perfekter Ort. Dazu noch so eine klassische Grusel-Geschichte. Das ist irgendwie, das greift alles, das ist alles sehr homogen. Und du hast das Filmkorn drin. Nicht zu prägnant, also nicht störend, aber du merkst es halt, ah, es ist noch Film. Ist jetzt nicht so ganz digital glatt gebügelt. Und in der Version zu gucken, ist optimal auf jeden Fall. Ja, herrlich. Und ich muss sagen, das ist so ein Carpenter, der mir relativ langsam ans Herz gewachsen ist. Also das war früher nie so mein großer Favorit. Aber ich muss sagen, mittlerweile weiß ich ihn echt zu schätzen. Vor allem, was diesen Horror-Aspekt angeht. Also so Halloween war für mich ja immer, was so Horror-Filme von Carpenter angeht, eigentlich schon immer ganz weit oben angesiedelt. Aber The Fock hat er mit den Jahren immer weiter aufgeholt. Und der hat immer mehr Sympathie von mir gewonnen. Ich weiß nicht, das liegt vielleicht daran, dass ich halt wirklich in den USA mal ein paar Tage halt an der Küste verbracht habe. Und dann solche Orte auch wirklich gefunden habe. So Bootstärke, die nach draußen auf den Atlantik führen. Und da gab es dann halt auch so die eine oder andere Situation, wo dann so ein bisschen Nebel da war. Wir haben dann auch da viel übernachtet. Und das heißt, das konnte ich vielleicht dadurch auch so ein bisschen mehr nachempfinden. Und ich finde halt, allein schon wie dieser Film anfängt, mit dieser herrlichen Stimme von dem alten Mann, der den Kids da, die da an den Lippen hängen, ihm an den Lippen hängen, diese Geistergeschichte erzählen. Das finde ich einfach fantastisch und so unfassbar spannend. Und ich finde es dann halt auch cool, dass der so insgesamt nur so ein paar ganz kleine Storys erzählt, die jetzt auch gar nicht so wichtig sind. Aber der halt einfach so das Leben da in diesem Küstenörtchen halt erzählt, was halt auch nicht groß von Bedeutung ist. Aber dadurch rückt er dann halt den eigentlichen Horror, diesen Nebel, der dann reinkommt und dann halt die Zombies, Zombiegeister da mit sich führt, die halt auch cool aussehen. Weil sie dann mit ihren Säbeln dann halt auch mal zu langen und dann zwischendurch auch mal mit ihren roten, leuchtenden Augen für Unbehagen. Nicht nur bei den Figuren im Film, sondern halt auch bei uns so ein bisschen führen. Und ich finde es halt vor allem geil, dass sie die ganze Zeit nicht wirklich zu sehen sind und man eigentlich auch häufig vieles nur in der Vorstellung hat. Das gewinnt dann halt auch am Schluss nochmal eine ganz neue Bedeutung, weil wir da ja dann auch teilweise Höhen haben und solche Geschichten auf dem Leuchtturm. Und bestimmte Kameraperspektiven, mit denen er hier auch wieder hervorragend arbeitet, wir dann halt auch nicht immer ihn sehen und dann quasi in unserem Kopf uns halt auch schon vorstellen, dass die eigentlich schon da sind. Und ich finde, das ist eigentlich auch ein Film, der sehr viel im Kopf abspielen lässt. Vielleicht liegt es auch daran, dass John Carpenter wesentlich mehr Budget hatte als für Halloween. Konnte natürlich auch sehr viel bessere Schauspieler sich leisten. Also ja, ja, klar, sicher. Die natürlich auch dazu beitragen. Ansonsten ist das bei mir sehr ähnlich. Das erste Mal, als ich ihn als Jugendlicher gesehen habe, da war ich in so einer Splatter-Phase. Da ging es darum, nur krasse Horrorfilme zu sehen. Da fand ich ihn erstmal natürlich ein bisschen lame, langweilig. Langweilig. Ich habe gedacht so, was ist das denn? Und so habe ich dann auch wirklich im Laufe der Zeit eher zu schätzen gelernt, beziehungsweise einmal dann in der richtigen Atmosphäre, in der richtigen Stimmung geschaut. Und über die Jahre ist er halt sehr ans Herz gewachsen. Und es freut mich auch so sehr, dass meine Freundin ihn auch so cool findet. Das bestätigt dann auch nochmal, dass er einfach zeitlos ist und dass er auch heute noch funktioniert. Auch wenn er, der hat ja auch ein paar Jumpscares. So ist es nicht. Ja. Aber die hat er sich auch verdient. Genau, die funktionieren und die sind dann halt auch mal aufgebaut und der Suspense wird dann trotzdem weitergetragen. Ja, und außerdem hat er einfach die höflichsten Piraten-Zombies, die es gibt, weil die klopfen immer, bevor die reinkommen. Stimmt, richtig. Das ist echt ganz cool. Und da gibt es auch eine Szene da mit Tom Atkins, nachdem er da mit der Jamie Lee Curtis sich vergenügt hat. Da klopfen sie dann und dann geht er an die Tür und dann haben sie aber gemerkt, er hat so lange gebraucht, um bis an die Tür zu kommen. Ja, der hat bestimmt da gerade eine gute Zeit. Dann gehen wir lieber wieder mal. Also was ich nur damit sagen wollte, dann gibt es nicht so diesen Fake-Jumpscare oder da kommt keine Katze aus dem Schrank gesprungen oder dann kommt nicht einer von hinten und so. Die Szene endet einfach. Ja, wobei wir haben ja eine Szene in dem, was aus dem Schrank rauskommt. Das ist auch die einzige Szene, die ich im Film vorwerfe, weil die ziemlich unlogisch ist. Aber ja, gut. Ja, aber es passiert halt nicht alle zehn Minuten. Ja, passiert für mich einmal. Von daher, ja, ich habe heutzutage weniger denn je an diesem Film zu bemängeln. Ist eine sichere Bank, geht immer. Über solche Patreon-Wünsche freuen wir uns natürlich immer ganz besonders. Und ich habe ja da schon mal geguckt, was da noch so im Lostopf da so auf uns wartet. Und da sind ein paar richtig schöne Sachen dabei. Aber wir verabschieden uns mit der Besprechung mal wieder eines aktuellen Films. Wir sind diese Woche so aktuell, das ist richtig top. Unfassbar. Ein Film, auf den ich mich gefreut habe, weil er von Regisseur Peter Torwart ist. Oh, kennt man durch Bang, Boom, Bang zum Beispiel. Was nicht passt, wird passend gemacht. Genau. Oder Goldene Zeiten zum Beispiel. Ich glaube, viel mehr habe ich jetzt auch von ihm nicht gesehen. Und das hat mir schon jemand beim Bujo Omega, nicht beim letzten Mal, sondern davor schon gesagt, dass Peter Torwart einen Vampirfilm für Netflix dreht. Ich weiß nicht, was hätte man jetzt nicht zugetraut, ne? Wie viel hast du denn schon um 11 Uhr morgens gesehen? In der Tat hat er Blood Red Sky inszeniert für Netflix, ein Projekt, an dem er schon sehr lange gearbeitet hat. Eine Idee, die ihm schon lange im Kopf rumschwirrte. Und den haben wir uns jetzt angeguckt. Und ich bin da ein bisschen begeistert. Ja. Und bin da auch ein bisschen überrascht. Ja. Schon wieder. Ja. Schon wieder von Peter Torwart, oder? Ne, ich war von The Suicide Squad schon so überrascht. Ach ja, stimmt. Wobei das natürlich nicht vergleichbar ist, aber trotzdem ein Überraschungseffekt dürfte eher nicht sein. Wo fangen wir an? Sagen wir ganz kurz. Es ist ein Interkontinentalflug von insgesamt von Deutschland in die USA, glaube ich. Und da ist ein Terroristenteam, die halt das Flugzeug in Beschlag nehmen. Was sie aber nicht wissen, ist, dass eine Vampirin an Bord ist. Genau. Und wenn die nicht mit so einem gewissen Mittel ihren Blutdurst unterdrückt, dann tickt die ein bisschen aus. Ja. Mit dabei ist sie ein kleiner Sohn, der auch eine wichtige Rolle spielt. Ja. Und das ist die Story. Ja. Darum geht's. Dann, was dann da passiert. Natürlich wird da natürlich ein bisschen geschossen. Da gibt's natürlich ein bisschen Action im Flugzeug. Dann irgendwann waltet die Vampirin ihres Amtes. Und das ist schon echt ansehnlich, was da in diesem Genre-Film zu sehen ist, Peter. Auf jeden Fall. Ich bin sehr überrascht. Ich hab von Anfang an nicht gewusst, worauf ich mich einlasse. Ich wusste nicht, dass das eine Vampirin ist. Ich muss zu meiner Stande gestehen, dass ich es auch ein bisschen gebraucht hab, um das zu verstehen oder mir zu erschließen. Okay. Ich hab die ganze Zeit in eine andere Richtung gedacht. Aber hab dann halt ein, zwei Punkte gemerkt, so, okay, das kann nicht so sein. Und dann hab ich gemerkt, so, ah, okay, das dürfte jetzt die Auflösung sein. Ich find den echt cool. Also, ich fand den richtig cool. Der hat ein geiles Tempo. Der hat in der ersten Hälfte ja schon eher so ein bisschen Anleihen beim, ja, fast schon beim Drama. Dadurch, dass wir dann natürlich diese Entführung haben, auch so beim Thriller. Die Action kommt ja dann quasi so in der Hälfte dazu. Und hinten raus ist ja dann schon echt ein brutaler, blutrünstiger Horrorfilm dann quasi gewonnen. Und ich finde, dass der schon frischen Wind in das Vampir-Genre bringt. Obwohl er auf einen altbekannten Look setzt. Ja. Der anscheinend jetzt, wir haben Jacob's Wife ja gesehen beim Fantasy Film Fest, bei den Knights XL. Da war ja schon so dieser Nosferatu-Look, der da wiederkam. Da hat man sich hier wieder ein bisschen dran orientiert. Nicht komplett, aber so ein bisschen. Ja, genau. Aber nicht unbedingt, was die Zähne angeht. Ja, ja, das nicht. Genau. Ja, das Optische, genau. Find ich auch cool. Ich fand die Zombies, wollte ich jetzt grad sagen. Ich fand die Vampir, oder das Vampir-Design, das fand ich echt cool. Besonders bei ihr. Später natürlich noch bei einem, bei dem man es eigentlich hat auch kommen sehen. Was aber auch eine gute Entscheidung war, auch dramaturgisch gesehen. Ja, Dramaturgie, wo du es sagst am Anfang, das ist ja auch das Besondere. Du hast es schon gesagt, am Anfang Drama. Wir kriegen wirklich die Vorgeschichte so ein bisschen mit, mit dem Sohn und der Mutter. Ja. Wie die in das Flugzeug kommen. Genau. Da wird noch eine Figur kennengelernt, die später auch noch eine Rolle spielt. Also alles hat hier irgendwie Build-Up und Pay-Off. Das ist ganz cool. Genau. Und dann kommen die bösen Entführer. Ja. Das sind natürlich die Bösen. Und wir fiebern am Anfang mit der Vampirin mit. Richtig. Das ist das Coole. Das ist ja, sonst sind ja die Vampire meistens die Gegner. Ja. Außer bei What We Do In The Shadows oder so. Ja, genau. Lost Boys, keine Ahnung. Da gibt es natürlich auch ein paar andere Vertreter. Aber, dass wir wirklich mit ihr mitfiebern und auch natürlich mit ihrem Sohn und auch mit den anderen Zivilisten. Aber es kommt, wie es kommen muss. Natürlich wird es dann später auch andere Vampire geben. Ja. Und dann sind die Vampiren aber auch wieder die Bösen. Richtig. Das ist schön. Da passiert viel in dem Film. Auf jeden Fall. Da geht zwei Stunden und da passiert wirklich eine Menge. Und es hat wirklich alles, was passiert, auch irgendwie eine Konsequenz und eine Bedeutung für später. Effekte sind tipptopp. Auf jeden Fall. Saftig, blutig. Aber auch so die Action-Sequenzen im Flugzeug, wenn dann halt auch mal hier ein Fenster oder so kaputt geht. Das sieht auch alles sehr cool aus. Ja. Und die Kamera sorgt immer für Übersicht, weil das Setting ist ja sehr begrenzt. Flugzeug, alles sehr eng. Aber wir verstehen trotzdem, wann, wo, wie, alles passiert. Genau. Ein Großteil spielt ja eben im Flugzeug. Ja. Außer jetzt Anfang und Ende. Ja, der sieht wirklich richtig gut aus, der Film. Also er muss sich hinter keiner Produktion aus anderen Ländern oder aus Hollywood und so, muss er sich da verstecken. Ein richtig cooler Film einfach. Ja. Was ich auf jeden Fall noch gerne erwähnt hätte, ist, dass er ja neben dann auch einer, wie soll ich sagen, intimen Geschichte, weil es ja dann quasi auch eine Mutter-Sohn-Geschichte ist, beziehungsweise eigentlich dann auch der Vater, der spielt ja dann in gewisser Weise auch noch eine Rolle. Wir erfahren ja so ein bisschen was über die Hintergründe ihres Daseins. Aber dazu kommt dann halt auch noch eine andere Figur. Das heißt, dann geht es auch so ein bisschen um das Thema Familie, was dann aber auch nicht zu krass ausformuliert wird. Und das finde ich geil. Ja. Wir sehen das immer in Flashbacks, die zwischendurch eingestreut sind. Und das reicht aber vollkommen, um zu verstehen, worum es geht. Genau. Das muss gar nicht so viel auserzählt sein. Ich habe mich so ein bisschen an so Comic-Geschichten erinnert. Da geht man ähnlich vor häufig. Das ist mir sehr positiv aufgefallen. Ja, mir auf jeden Fall auch. Und was ich dann auch noch ganz cool fand, ist, dass er quasi so mit einer falschen Vorstellung aufräumt. Weil am Anfang wird ja ganz eindeutig quasi gezeigt, wie diese Entführung des Flugzeugs halt ankommt, beziehungsweise wer da als Verdächtiger gesehen wird. Natürlich die Araber, beziehungsweise die Muslime. Und das finde ich, haben sie auch nochmal ganz cool, oder das hat der Torwart hier auch nochmal ganz cool integriert. Ja, weil das halt auch Film ist, der mit halt diesen blöden Klischees halt auch so ein bisschen arbeitet und mit denen vor allem halt auch aufräumt. Das halt durch die eine oder andere Figur halt auch im Flugzeug. Das Thema hat er zum Großteil gut angepackt. Manchmal ist es mir ein bisschen zu viel. Okay. Da habe ich auch gedacht so, ja komm, wir haben ja schon verstanden, was du meinst. Es wird so ein Klischee aus den Klischees gemacht. Und das habe ich jetzt aber auch schon tausendmal selbst erzählt und gehört und auch schon wo anders gesehen. Will ich aber gar nicht zum großen Vorwurf machen. Der hätte mir vielleicht ein, zwei Szenen weniger auch gereicht. Aber insgesamt stimme ich dir dazu, dass er das gut gemacht hat. Ja, aber wie gesagt, ich finde halt vor allem, dass der da echt ganz coolen Wind in das Genre reinbringt, weil er hier auch mal eine etwas unkonventionelle, aber auch konventionelle Seite dieses Genres des Vampirfilms halt auch aufmacht. Fand ich sehr, sehr, sehr stark. Also ich bin mehr als überrascht. Ich finde den echt ziemlich cool. Ja, der hat den nötigen Respekt vor dem klassischen Vampir, aber schafft trotzdem noch so eine Art From Dusk Till Dawn. Ohne jetzt den richtig krassen Bruch. Aber so, der hat mich eher an den erinnert als an andere Filme. Ja, stimmt. Vampires on a Plane. Ja, genau so. Aber wirklich im besten Sinne. Ja. Da bin ich sehr zufrieden mit. Also da bin ich froh, dass wir endlich auch mal wieder mit einer absoluten Netflix-Empfehlung abschließen können. Ja, definitiv. Und dann auch noch aus deutschen Landen und dann auch noch aus dem Horror-Bereich. Das schmeckt auch wieder. Was will man mehr? Eine neue Cinefile-Episode und zwar nächste Woche. Ja, da bin ich dabei. Ich bin mal gespannt. Vielleicht haben wir ja dann auch noch ein paar Sachen mit, die relativ aktuell sind. Wird sich zeigen. Vielleicht. Was ihr bis dahin machen könnt, ist natürlich klar. Der Peter hat noch so eine neue Episode Serienkiller aufgenommen. zur Serie Mr. Mercedes, falls ihr das noch nicht gesehen habt. Stimmt. Ja. Und am Sonntag gibt es als Videoreview mal wieder einen John Carpenter-Film. Das ist vollkommen korrekt. Unfassbar. Ja. Es ist leider einen Monat zu spät. Also der Film hatte quasi vor einem Monat Geburtstag. Aber gut. Wir feiern halt ein bisschen nach. Ist nicht schlimm. Genau. Der Film ist ja eh schon 40 Jahre alt und einer schon seiner ganz, ganz Großen, würde ich sagen. Ja. Und mit diesen Videos könnt ihr euch natürlich die Zeit dann bis zum nächsten Cinefile-Podcast vertreiben. Wenn euch das gefällt, lasst uns gerne Daumen da. Lasst uns Kommentare da. Und wenn es euch wirklich gut gefällt, gerne bei Patreon mal so ein Abo abschließen. Wir freuen uns wirklich über die Unterstützung. Das macht Spaß mit unserer Filmfressenfamilie. Mit unseren Cinefile-Psychos. Ich verabschiede mich für diese Woche. Peter, vielen Dank auch an dich natürlich. Das hat Spaß gemacht. Bis dann. Sehr, sehr gerne. Ich bedanke mich auch. Und dann nur noch der Hinweis, wir befinden uns ja im Hochsommer, auch wenn man das natürlich nicht auf den ersten, auch nicht auf den zweiten Blick erkennen mag, wenn man aus dem Fenster oder auch aus dem Flugzeugfenster guckt. Aber egal, Sommer bedeutet, man denkt sofort, nee, wir haben eigentlich immer, unser Sommer-Blockbuster war ja immer der Burning, aber so der eigentlich wirkliche. Sommer-Blockbuster aller Zeiten dürfte ja Joss sein. Und wer nicht genug von diesem Motiv kriegen kann, der darf natürlich gerne mal bei Shirty vorbeischauen. Denn wir haben eine kleine Abwandlung dessen unser eigen gemacht, beziehungsweise machen lassen. Wir haben ein ganz tolles Design. Meins ist heute auch endlich angekommen und wird demnächst dann auch mal bei einem Video-Review getragen. Und ja, also bei Shirty.com gerne auch noch mal ein bisschen Merch eindecken. Ja, ich hoffe, wie immer eine schöne Podcast-Folge gehört zu haben. Ich verabschiede mich und würde mich freuen, wenn ihr auf jeden Fall am Sonntag euch unser Video-Review zu Escape from LA, natürlich nicht Escape from New York von John Carpenter mit dem großartigen Kurt Russell anschauen würdet. Bis denn!